New Holland verfügt in der Mittelklasse seiner Traktoren mit den Baureihen T5 Utility, T5 Elektro Command, T5 Dynamic Command und T5 Auto Command über ein breites Angebot im Leistungsbereich von 80 bis 140 PS. Mit den neuen T5S Modellen, die vor allem für einen vielseitigen Einsatz auf gemischten Betrieben konzipiert sind, wird diese Palette mit Traktoren in einfacher Ausstattung nach unten abgerundet. Die Schweizer Landtechnik konnte das Modell T5 100S mit Frontlader und Säkombination ausprobieren. Beim T5 100S kommt ein 3,6 Liter Motor von FPT aus der Baureihe F5 zum Einsatz. Das Vierzylinder Modell weist eine Leistung von 101 PS auf. Die Abgasnorm der Stufe 5 wird durch das kompakte, wartungsfreie HESCR2 System, bestehend aus SCR und Dieseloxidationskatalysator sowie Dieselpartikelfilter, erreicht. Die meisten Komponenten dieses Systems sind vollständig unter der Motorhaube integriert, sodass Sicht-, Manövrierfähigkeit und Bodenfreiheit kaum beeinträchtigt werden. Der T5 100S ist standardmässig mit dem mechanischen 12x12 Getriebe mit vier synchronisierten Gängen und drei Gruppen erhältlich. Wer es etwas komfortabler haben will, kann den Traktor auch mit einem Power Shuttle Getriebe haben. Dann stehen je 20 Vor- und Rückwärtsgänge mit hydraulischer Wendeschaltung zur Verfügung. Die Vierpfostenkabine mit weit öffnenden Türen und Lärmpegel von 77 Dezibel wurde überarbeitet und bietet jetzt eine bessere Rundumsicht. Diese Kabine verfügt über einen flachen Boden und einen luftgefederten Fahrersitz samt angenehmer Sitzmöglichkeit für einen Beifahrer. Gerade beim Einsatz mit dem Frontlader bewährt sich das Dachfenster. Auf der Seitenkonsole befinden sich die Hebel für die mechanischen Steuerventile. Wird mit einem ab Werk montierten Frontlader gearbeitet, ist ein Joystick verbaut, über den dieses Arbeitsgerät gesteuert werden kann. Im Heck stehen maximal drei doppelt wirkende Steuergeräte zur Verfügung. Mit 49, 64 und 82 Litern pro Minute kann man zwischen drei Hydraulikpumpen auswählen, wobei unabhängig davon eine Lenkhydraulik mit 28 oder 37 Minuten Litern zur Wahl stehen. Die Hubkraft im Heck beträgt maximal 4,4 Tonnen, im Frontbereich sind es 1,4 Tonnen. Das System Lift-O-Matic offeriert ein schnelles Senken und Heben von Anbaugeräten in die gewünschte Stellung. Bei der Zapfwelle, mechanisch oder hydraulisch zugeschaltet, gibt es serienmässig die Drehzahlen 540 und 540 Eco, die aber noch um eine Tausender Zapfwelle erweitert werden können. Vorne wird als Option eine Tausender Zapfwelle angeboten. Je nach Ausstattung und Bereifung liegt das Leergewicht zwischen 4150 und 4350 Kilogramm. Das zulässige Gesamtgewicht von 6,5 Tonnen lässt eine Zuladung von etwas mehr als 2 Tonnen zu. Es mag vielleicht etwas erstaunen, dass es für diesen eher einfach konzipierten Traktor auf Wunsch auch beinahe eine Vollausstattung an smarten Funktionen wie Spurführung, Telemetrie mit drahtloser Datenübertragung von Feldkarten und Auftragsdateien samt Isobus-Konnektivität gibt. Alles angezeigt und teilweise steuerbar über einen seitlich positionierten Intelliview 4 Bildschirm. Die Preise für die in der Türkei produzierte Baureihe T5S sind bis jetzt aber noch nicht bekannt.